Noch nie hat ein Video so gestimmt wie heute. Tja, weißt du wieso? Wir brauchen da jetzt nicht eine Stunde drüber nachdenken. Wir brauchen kein zehn Minuten Video machen. Wir könnten einfach mal sagen wie es ist. Es ist so. Rechnen wir mal zurück. Die Playstation 2 kam auf den Markt. Sie war da. Und da kam Microsoft mit der Xbox und dem Launch-Titel hin und sagte, Fickt euch. Wir sind besser und schneller als ihr. Jetzt, 18 Jahre später, schreiben die E3 2019, wird eine Konsole angesagt, die fünfmal so schnell sein soll, als die schlechteste Konsole, die jetzt existiert. Und sagt der Playstation damit, wisst ihr was? Fickt euch. Erstens mal, wir sind genauso wie früher viel schneller als ihr. Und wir haben Halo dabei. Das ist die Ansage, das ist 0815. Das ist zu 100% dieselbe Aussage, die es früher gab. Wir sind besser und wir sind schneller als ihr. Und wir haben Halo. Da können wir zustimmen oder wie wir das sprechen, aber wenn du mal zurückdenkt an die Klamotte von der Playstation 2, zum jetzigen Zeitpunkt der E3 und nach der E3 ist es ein riesen Déjà-vu für mich. Und genau so sieht es aus. Es ist genau das Gleiche, denn Playstation wird nächstes Jahr aussahen O unsere Konsolen. Und Xbox wird sagen, tja, das ist alles super. Wir sind aber viel schneller. Hier ist Halo. Es wird auch selber auslaufen. 18 Jahre später. Verdammt, oder? Ein riesen Déjà-vu. Mensch, da war ich noch jung. Ein riesen Déjà-vu. Das war es an der Information. Ihr könnt mir zustimmen oder mich für gekloppt halten, aber es ist genau das Déjà-vu, was sich wiederholen wird. Und zwar vor 18 Jahren. Merkt euch meine Worte. Teilt es mit anderen. Es wird genauso sein wie vor 18 Jahren. Wie zum ersten Halo und zur Geburt der Xbox. Definitiv. Penis!